Geil Ann Fischer war eine US-amerikanische Schauspielerin. Sie war 1970 die erste afroamerikanische Emmy-Preisträgerin. Leben Fischer wuchs als jüngstes von fünf Kindern als halbweise auf, nachdem ihr Vater bereits früh verstorben war. Während ihrer Zeit auf der High School in MeTooche nahm sie an verschiedenen Schönheitswettbewerben teil und konnte einige lokale Titel gewinnen. Von ihrem Einkommen als Model finanzierte sie ihre Schauspielausbildung an der American Academy of Dramatic Arts. In New York City lernte sie bei Lee Straßberg und trat später dem Repertory Theater bei, wo sie unter anderem mit Elia Kazan und Herbert Blau arbeitete. Ihr Broadway-Debüt hatte sie 1961 in Polly Victorious. Ein Jahr zuvor hatte sie ihren ersten Gastauftritt in einer Fernsehserie. Und im Jahr darauf trat sie eine der ersten afroamerikanischen Schauspieler in einer Sprechrolle in einem nationalen Werbespot auf. 1965 trat sie in der englischsprachigen Bearbeitung von Georg Büchners Dantons Tod auf. Nach einigen weiteren Gastauftritten in Fernsehserien gelang ihr 1968 der Durchbruch. Als sie ab der zweiten Staffel der Krimiserie Mannix als dessen Sekretärin eine Serienhauptrolle erhielt, nach Michelle Nichols war sie erst die zweite afroamerikanische Schauspielerin, der dies gelang. Bis zur Absetzung der Serie 1975 spielte sie in 117 Folgen die Rolle der Peggy Fair. In dieser Zeit wurde sie mit dem Emmy und zwei Golden Globes ausgezeichnet. Für beide Preise war sie jeweils vier Jahre in Folge nominiert. Nach dem Ende der Serie konnte sie ihre Erfolge nicht fortsetzen. 1978 wurde sie wegen Drogenbesitzes festgenommen und machte im Anschluss eine Drogentherapie. In den 1980er Jahren hatte sie sporadische Auftritte in Fernsehserien und Fernsehfilmen. 2000 verstarb sie an ihren Versagen. Sie hinterließ zwei Töchter aus der ersten von mehreren in Filmografie, 1959, Play of the Week, 1962, Preston und Preston, 1963, General Hospital, 1967, Er und Sie, 1967, Der Mann von gestern, 1968, Meine drei Söhne, 1968 zu 1975, Mannix. 1969, 1971, Love American Style, 1970, Nachdenkliche Geschichten, 1971, Ruhm 222, 1972, Everyman Needs One, 1975, Medical Center, 1979, Fantasy Island, 1983, Night Rider, 1985, Hotel, 1986, Hies Alemire, 1987, Death Squad, 1990, Skypell des Schreckens, Broadway, 1961, zu 1962, Pooley Victorious, 1965, Dentons Death, Auszeichnungen, 1970, Emmy für Mannix, 1971, Emmy Nominierung für Mannix, 1971, Golden Globe für Mannix, 1971, Golden Globe für Mannix, 1972, Golden Globe Nominierung für Mannix, 1973, Emmy Nominierung für Mannix, 1973, Golden Globe für Mannix, 1974, Golden Globe Nominierung für Mannix.